Well, mal ob ihr trennt. So, Krypto. Ne, er will den anderen Arm auch noch verlieren. Dann würde ich das mal verlieren. Ja, ist gut. Hinter mir kommt einer mit. Mann, wir waren das selber. Ich hab doch noch einen falschen Weg. Ja, wir haben auch einen falschen Weg. Ne, Parsi war ja schon vor mir. Dann war David wahrscheinlich, ja. Ach so, du warst. Ja, ja. Wollte erstmal bei ihr, ist wirklich nichts zu hören. Hier läuft einer. Lass mich erstmal nach oben setzen. Shit, Brake. Ist da unten gesprungen? Natürlich. Sau. Sau du. Sau. Stupid. Pick. Die landen da hinter dem runden Turm. Na klar. Na klar, hier. Hier. Floats, ja? Der hat nix mehr. Down. Oh no. Der ist reingerannt. Mini drohen das an. Keep Rake. Pass auf, daneben sind sie auch noch. Hier ist einer unten in der Kryp da drinnen. Oder in der Kirche. Geh oben. Rein. Shit, Rake. Hier. Leg dich doch mal hin. Ich bin da. Ich lande da. Ich lande da. Hey, der ist eine. Neue, der ist eine. Verdrücke ich sich ein bisschen ab. Wenn ich komm zurück. Fuck. Und Leute, die 4 da drin sind. Ja, ist fahm. Wir haben fast geh están. Ich lade. Jooo. Bestätigt. Ja. So gut. Wie hat's neuer hier eigentlich? ich hab hier ein paar aber ich glaube hier sind auch ein paar unterwegs dann die noch mal rein quasi wenn wir noch mal auf dach wenn ihr auf dem vordach sozusagen hier oben ist keiner mehr gehen wir selber hoch auf den turm fällt bald jetzt oder mit 35 sekunden oder fährt hier vorne falsch es ist nicht mehr meine worte wird am besten hier hoch Wieder ein High-Ground Da lag auch noch eine Kiste Eine rote? Nee Achso, jetzt mein's Loadout Gehen noch mal aufs Dach Ja, ich glaube, das ist sowieso ein Zug auf die Loadout-Perspektive Da hinten ist einer Er ist in der Kugel Genau Er ist am Loadout dran Tschüss Wird angeguckt hier Aus mehreren Richtungen Ah, snipen von oben Also Schlag Da oben Wir müssen eh ein Stück vor Was passiert hier gerade? Wollen wir schon vor? Irgendwie in die Stadt oder so? Wir müssen eh in die Stadt Vielleicht da Richtung 2 Auf zu 2 Auf zu 2 Ja, lass mal ein bisschen Stadt Ein bisschen in... Ja, nicht Nahkampf, aber nicht so Ja, perfekt Los Zeit zieh Och Gott, wo kommst du? Ja, was? Was ist mit dem Turm? Ja, Alter Ist ja gut War doch noch nie drauf, aber da... Nee Nee Nee, ich glaube wirklich nicht Auf jeden Fall Der andere ist unter uns Sein Mesh Ist nur einer Laut Pink Na so Da ist das von mir Der andere ist noch einer Hier ist die Tür bei Kann ja wohl nicht wahr sein, Alter Steht bei mir in der Welt, oder? Ja Bist du da drin, Robert? Komm Ach, hier unten, mach er, Robert Oh, hier ist man Ach, du bist eine Ach, ich bin aber auch schlecht Ich bin wirklich schlecht Ich muss mal nur sagen, ey Ich... 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 Oh, krass Ich hab mal hier sehen, ich wollte gerade zu Robert Ja, landet die da einer? Sicherheits erst mal ab Naja, die sind nicht gut, aber ich war halt noch schlechter als er Muss man sagen, leider Ich hab leider, genau, in dem Moment wollte ich zu dir kommen, da wurde David angegriffen Und dann war... Naja, da war noch ein Team, glaube ich, auf der anderen Seite da Hm, ich weiß, David, darf ich sein Stuff vielleicht nochmal holen? Komm mal, ich versuche Hier ist er Da haben wir rot, zwei Leute mit einem Live-Marker sind da Ich hab welche Du fährst auch nicht ab, den Mixer? Sehr gut, damit hat's dann aber die Nötige Zeit verschafft Hast du Plattis? Ich hab welche, hm? Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe So gut, die Leute anzuschießen, das bringt schon so viel Die fighten da gerade Äh, ich hab schon was Ich hab schon was gefunden Ja, das sind hier zwei Teams Ja, hier so näher raus Schritte Kommt hier was? Schön runtergefallen, geil Kommen doch hier gleich, oder? Hört sich so an Jetzt sind Steps hier neben uns Hier, bei Blau Hier am Haus Bleib mal bei uns, Robert Sind hier hinter uns Bei euch auch Sind hier oben auf der Straße Ja, die kommen da aus der Zone raus hier ran, glaube ich Okay, bei Blau sind sie hoch auf jeden Fall Dann haben wir zwei Teams hier gleich Hier oben, hockt ihr noch drinnen Und wir, äh, wir müssen rüber, lass mal rüber gehen Schussverkauf läuft Kommt ein Auto hinter uns Fighten sich da unten an dem E-Bäude Und das ist 100 Power ausgespielen beim Auto in unsere Richtung Denke ich Was ist das denn? Was ist das denn? Hast du diese Position? Ah, hier ist Scheiße Wir müssen eh weiter Was mit dem? Da müssen wir eigentlich hin Ja, lass hin Also Auf jeden Fall sieht schon besser aus Ja, ne Sieht auf jeden Fall schon besser aus Am besten nach oben, Mann Jetzt in die Hütte ran Mann Hier ist einer Oh, ich bin schon wieder so dumm, Alter Alter Alter, ich bin ja wirklich Ei, 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 ei Ah, ist easy Ist gut Darum zusammenbleiben Jaja, auf jeden Fall Das ist dem Grund Daher reicht Ist ja alles gut Da noch plappen Äh, ich hab ja fünf Ich hab zwei abgelieb Jo Achso Ja Ja, echt Äh, den hast du da Wo wir gerade drin waren In dem Haus In dieser Annäherungsminärrand Fahne hier noch ein Stück höher Ah, da müssen wir es Wecker Karschauer Oh, ich weiß nicht, ob das so eine UTD ist Oh, da sind schon die Sleider Naja Naja, keiner wo der Ja, auf dem Turm Gar keine Idee Wo an sich ist das Haus nicht schlecht Er kommt den da entflogen Feinde kommen Die kommen Die landen alle am Wasser oder sowas Und da haben die ihren Job Oh, ich werd hier angehltet Und schon Vorsicht Wenn hier raus geht Ich geh hier ins Haus Oh, geil Komm, gib ihn mir Jeppa Schritte, oder? Das ist doch alles Hier ist er noch Meine Munition ist so gleich Hier kommen ganz viele, oder? Oh nein, ey Alle Sleider Nein, ey Meine Munition ist so gleich zugrunde Noch in der AR Nur noch 28 Nee, gar nichts Ja, ein bisschen noch Ja, weil ich mehr viel Ich glaube aber Wie angeschwann, ey Wie angeschwann, ey Vielleicht schaffen wir was so Wir sind schon an den Pluspunkten Hier einmal abklicken Unten müsste noch was liegen Hier kommt einer Oh, hier kommen ganz viele Direkt aufs Haus drauf Boah Ja, die sind hier In der Die sind hier Direkt bei uns schon Auf der Veranda Hm, genau Äh Irgendwie down mit Irgendwas Genial Kill confirmed Oh, ich hab meinen Kill Ich hab so eine Raubbombe geworfen Ja Diese Kweinbombe Guck mal unter uns Links Oh, oh, der Prezi Ja Prezi Ich hab auch eine Gasmaske Ich werde die aussperren Hat die mal noch AR? Ne, war schlecht Doch, doch Warte, einmal Schritte, Schritte, die kommen Hinter dir, hinter dir Ich bin hoch Kommt hoch zur Not Wenn nicht Robert an der Treppe aufhalten Dann kann ich Kommt hoch Die sind weitergelaufen Tendenziell Leider keine Maske Also wir müssen bald weiter Kommt mal hier raus Ja Sieht wieder nix Scheiße Hier unten Schon close Der Toll Boah, hier liegt ganz viel Loot, Leute Fieldbreak One-Shot Selfriss Waffen Ich seh den Marker leider nicht Wegen Wegen diesen Schwobel drohen Genau unter uns Wir können hier oben bleiben Jungs, wir können hier oben bleiben David, ich hab noch mal Selfriss Ich hab noch mal Selfriss Hier ist unser Schlag Ist egal Ist egal, der bringt uns Wir sehen, wo der ist Naja, der landet hinter uns Alles gut Ja Kein Ding Top 5, sehr gut Ich versuch, dass die Fiecherste hier nicht hochkommt Krabbelschampel Ganz große Zimmer Vier Schritte, oder? Jedenfalls eine Drohne brauchen wir Ich muss mir noch Ey, die kommt Ey, die kommt Ey, nicht jetzt an Shop Nicht jetzt an Shop Ich muss noch mal ne Maske holen Ist an Hier, genau unter uns Alter Stark Im Wasser Ja Nein, nicht Top 3 Ich geh links rum Ich geh links rum Nein, wenn er da drauf ist, das wäre Nee, komm Hat er mir irgendwie aus der Luft gesnipet Genau unter uns waren sie Ich hab's ja auch so spät gesehen Er snipe mich aus dem Wasser Geil Nein, nicht Top 3 Oder? Nein Mann, der jene Platz Fuck my life Nee, ach scheiß Ach, bitte Schon ne Runde, aber Ja, aber viel besser als vorher Ja, ja Damit haben wir die wieder weg gemacht Alles gut Ah, plus 80 Sehr gut Sauber Oh no, gut My legs are